Wir unterteilen die Vergleichen der Politikwissenschaft nach den Gegenstandsbereichen Politics, Polity und Policy. Wir beginnen mit dem Begriff Polity, Polity als Institutionenforschung. Es geht also hier um politische Institutionen, um das politische System, wie es das politische System in verschiedenen Ländern konstituiert. Institutionen, also auf Dauer gestellte Regelmäßigkeiten sozialen Handelns, die sich natürlich in den Institutionen des politischen Systems, in der Exekutive, in der Legislative, in der Judikative niederschlagen. Es geht also um die Festigung sozialen Handelns. Wir gehen über das politische System so ein bisschen hinaus, indem wir auch Verbände, Parteien, Gewerkschaften im politischen System und deren Handeln uns anschauen. Grundlage des Ganzen sind Verfassungen, die unterschiedlichen Gewalten, Wahlsysteme. Wir schauen uns Parlamente an, Parlamente im nationalen Rahmen, wie den Bundestag, im Vergleich meinetwegen zum Europäischen Parlament. Regierungen stehen sehr stark im Vordergrund der Polity-Forschung. Staatsoberhäupter, Regelsysteme und hier eben die Leitungs- und Lenkungsfunktionen und die Möglichkeiten, die eben Exekutive, Legislative, Judikative haben. Regierungen als allgemeinste Organisationsform von Staatstätigkeit. Wir typologisieren. Schon Aristoteles hat das betrieben, indem er verschiedene Regierungsformen typologisiert hat. Er hat von der Monarchie gesprochen, von der Tyrannei, von der Aristokratie, Oligarchie, Timokratie, die wir heute auch zum Teil die Plutokratie nennen, und schließlich von der Demokratie. Was wir in der Polity-Forschung ansonsten so tun, ist, dass wir Bedingungen für demokratisches Handeln klassifizieren. Wir sprechen davon, dass es Assoziations- und Koalitionsfreiheit geben muss. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, aktives Wahlrecht, passives Wahlrecht, Recht auf Konkurrenz, um Wählerstimmen, Informationsfreiheit, freie und faire Wahlen und schließlich Institutionen, die von den Bürgerpräferenzen abhängen. Das Ganze ist eine empirische Wissenschaft. In den letzten 20 Jahren hat man sich sehr viele unterschiedliche politische Systeme in der Bundesrepublik angeschaut. Unterschieden dabei zwischen verschiedenen Demokratieformen, präsidentielle, parlamentarische Demokratie, aber auch so etwas wie Nicht-Demokratien oder sogenannte defekte Demokratien angeschaut und eben die Prozesse der Transition von nicht-demokratischen Systemen zu demokratischen Systemen. Im Bereich der Polity-Forschung wird Demokratie gemessen. Es gibt also sogenannte Demokratie-Indizes, der berühmteste vielleicht der von Freedom House. Es werden Wahlsysteme klassifiziert. Das heißt, hier wird sehr stark systematisiert, um was für ein politisches System es sich im jeweiligen Land handelt. Und dann werden klassifikationen, vergleichende Klassifikationen dargestellt.